hallöchen ich glaube man sieht schon was ich hier habe jedenfalls solltet ihr das hier oben noch gar nicht lesen ich wollte euch eigentlich ein bisschen ja verwirren ich habe hier was schönes gefunden bzw wir haben ja was schönes gefunden ist so eine art boombox vorne ist irgendwie so was schwarzes steht schon drauf dvd video hat dvd audio in off und radio also mittelwelle und fm und fm stereo und jetzt schalte ich mal um das sieht man jetzt auf der anderen kamera ein video ausgang ein kopfhörer ausgang was war das hier da steht schon was drauf aber ich glaube nicht dass ich das euch sagen will vorne ja sd usb mikrofon level mikrofon audio in und so ein großes dinge so jetzt schalte ich das ding mal in radio das ist jetzt in mittelwelle aber hier kriege ich nichts in mittelwelle in fm geht auch radio geht so jetzt schalte ich um auf dvd jetzt muss ich einmal kurz warten also ich habe erst gedacht ich muss es nur reinigen aber es funktioniert ich schalte mal oben und zeige es euch mal dazu mache ich mal kurz das licht ein bisschen aus ja blablabla fsk 18 16 dvd bla 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 ist klar das war jetzt der stopp er sollte eigentlich play machen also dvd läuft usb habe ich jetzt nicht ausprobiert immer noch mal wieder licht an jetzt nehme ich noch mal eine cd cd dann sagt er wieder lesen ich hatte noch cd hatte ich noch gar nicht drin ich weiß gar nicht was er mir denn da anzeigt die drei detektive verließen den strand steuern und steuern auf bobs käfer zu gut cd läuft auch ich hatte erst gedacht der leser wäre hinüber weil da war so eine cd drin hier aber die ist ziemlich bebe und die hat er nicht gelesen darum habe ich erst gedacht der leser hat was mal auseinander die leser einheit ich versuche es mal zu zeigen ist so ein ja einfach standard laufwerk leser gedönsel hätte man bestimmt nachkaufen können aber läuft ja ich muss es bloß sauber machen dazu habe ich noch gefunden das war in einem sack stand einer mülltonnen die passende fernbedienung ich habe jetzt bloß keine batterien dafür habe ich jetzt gerade nicht griffbereit ich denke mal die wird auch funktionieren display kann ich hinten ein und ausschalten ich finde das ding genial für den garten ist das gut und warum ist das für den garten gut da lass mal an mach mal aus weil das ganze ding auch auf batterie laufen kann hier steht was von hier kann man erst mal lesen was das für eine ist reflexion dvd 7800 px r us 12 volt schade dass der keinen ach der hat hier sogar noch schade dass der kein 12 volt eingang hat hier so extern so es hat nur hier strom kopfhörer und video audio out aber ich habe kein 12 volt innen gefunden das wäre natürlich noch besser gewesen aber ich sag mal ich habe das ding gefunden oder wir haben das ding gefunden und das funktioniert und das kann man im garten kann man dann auch mal bei schönem wetter da mal sitzen und auch mal dvd filmchen gucken also dvd player brauche ich jetzt nicht direkt ich habe mein blu-ray player aber er spielt ja auch cd kann man auch cds abspielen es hat schon ein paar macken ja das display ist auch dreckig mache ich auch sauber es ist relativ dunkel das display aber naja was soll's für einen portablen dvd player zu umsonst da merke ich jetzt nicht großartig rum ich habe jetzt kein doch ich hätte den usb stick kann ich sogar testen da bin ich wieder mit ganz viel ich darf nichts anfassen und fliegt eh alles wieder runter aber nochmal strom rein ich habe den usb stick gefunden müsste auf dvd gehen usb lesen er sagt mir hier irgendwas mit falsche eingabe kann ich kann ich kann ich nicht lesen das ist ein 16 gigabyte stick ok dann nicht gut äh ja wer weiß kann ich ja mal im internet gucken was das ding direkt kann aber sowas findet man am straßenrand eine dvd boombox dvd player boombox ok ich wollte euch mehr wollte ich euch nicht zeigen also das ding habe ich gefunden das funktioniert ich mache den laser nochmal sauber ein wattestäbchen und bisschen isopropanol von innen nochmal einmal auswischen und dann ist das ding brauchbar sag ich mal so gut ok danke fürs zugucken bis zum nächsten mal tschüssi dvd